Hallo Freunde, das Internet wächst kontinuierlich und jeden Tag werden wir mit unzähligen neuen Dingen konfrontiert. In einigen Fällen sind es unglaubliche Begebenheiten, die man ohne Beweismaterial niemals glauben würde. Viel eher würde man die Person, die einem solche Dinge erzählt, für verrückt halten. Doch in diesen Fällen wurden die Begebenheiten aufgenommen. Heute acht Momente, die keiner glauben würde, wären sie nicht aufgenommen. Los geht's! Nummer 1 In dieser Aufnahme werden wir einen erstaunlichen Unfall beobachten können, bei dem eine Person auf unglaubliche Art und Weise mit dem Leben davon kommt. Nichts ahnend versucht der vorausfahrende Autofahrer auf die linke Spur zu wechseln, als plötzlich von hinten ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit genau in das Auto reinfährt. Es ist schon erstaunlich, dass er diesen Zusammenprall überlebte. Doch wie er überlebte, ist einfach nur legendär. Nummer 2 Kommen wir zur nächsten Aufnahme, die man einfach so nicht glauben würde. Zu sehen ist eine Asiatin, die eine ganz spezielle Trinktechnik entwickelt hat. Eine Technik, die selbst bei einer Flasche mit kleiner Öffnung unangenehm sein sollte. Ich schätze mal, es liegt am Lippenstift, dass sie überhaupt auf diese Art und Weise trinkt. Nummer 3 Wenn einem das Wort Militärparade zu Ohren kommt, denkt man ganz sicher nicht an die folgende Aufnahme dieser südafrikanischen Soldatinnen. Nummer 4 Wer erinnert sich nicht an die unzähligen Videos dieser Challenge? So gut wie jeder versuchte sich mindestens einmal daran, ob jung oder alt. Was diese älteren Frauen schafften und wie sie darauf reagierten, ist einfach nur unbezahlbar. Nummer 5 Für den ein oder anderen ist Bowling eine ziemlich einfache Angelegenheit. Doch es gibt einige Menschen unter uns, für die scheint es nichts schwierigeres zu geben. Nummer 6 Zebrastreifen scheinen für einige Menschen eine ziemlich schwer zu begreifende Sache zu sein. In dieser Aufnahme hält es ein Rollerfahrer für richtig, mittendrauf zu stehen. Die Reaktion des Passanten hätte er wohl kaum erwartet. Nummer 7 Wer erwartet auch schon, dass einfach mal so eine Frau auf die Straße vor ein Auto läuft und sich auf die Motorhaube pflanzt? Diese Aufnahmen wurden in Russland gemacht. Wie hättest du in diesem Moment reagiert? Nummer 8 Es ist immer wieder erstaunlich, was für Dinge weltweit passieren und auf Video festgehalten werden. Ich meine, wer würde es schon glauben, wenn er erzählt bekommt, dass eine Frau mitten in der Nacht vor ein fahrendes Auto läuft und sich auf die Motorhaube setzt. Was hältst du von solchen Begebenheiten? Und welche Aufnahme fandest du am besten? Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeige es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.